Da sich viele Leute ein Update-Video zu den Klonen, die die Order 66 verweigert haben, gewünscht haben, gibt es das heute. Wir fangen an mit den ersten drei Klonen, die den Befehl verweigert haben. Und zwar waren das die Klone Rex, Wolf und Gregor. Und zwar ließen sich die drei Klone ihre Inhibitor-Chips entfernen. Der nächste Klon ist der Klon Meta Kix. Kix wurde kurz vor der Order 66 von den Separatisten empführt. Bis schließlich das Schiff, in dem sich Kix befand, abstürzte und er danach 20 Jahre später von den Piraten entdeckt wurde und er sich ihnen anschloss. In Legends fangen wir mit Seph an, da ein Republic-Kommando angehörte. Und da musste sein Team in einer Mission laut dem Befehl von Meister Yoda, Seph auf Kashyyyk zurücklassen, weshalb er die Order 66 verpasste. Weiter geht es mit Abel. Abel war kurz vor der Order 66 auf einer Mission in seinem LAAT-Raumschiff. Bis er schließlich von einem feindlichen Gunship abgeschossen wurde und er auf dem Planeten Lubang-Mainor notlanden musste, weshalb auch er die Order 66 verpasste. Die nächsten Klone sind die sogenannten Null-Arcs, welche aus den sechs Mitgliedern Prudy, Comrick oder wie man denn auch immer ausspricht, Meryl, Jane, Aiden und Ordo bestehen. Die Null-Arcs waren die ersten sechs Klone, die auf Kamino hergestellt wurden. Die Null-Arcs wurden von den Kaminoanern jedoch als gescheitertes Experiment angesehen. Weshalb man sie eigentlich rekondieren wollte. Jane Goffett informierte dann jedoch den Mandalorianer Korski-Rata, der sich mit den Kaminoanern darauf einigte, die Klone für die sogenannten schwarzen Missionen im Geheimdienst einzusetzen. Die Null-Arcs führten die Order 66 nicht aus, da sie nur Korski-Rata loyal waren. Weiter geht es mit dem sogenannten I.M. Team, welches aus den vier Mitgliedern X-0, X-1, X-2 und X-3 besteht. Sie waren kurz vor der Order 66 auf einer Mission mit den drei Jedi, Ron Shrine, Bolgetek und Oli Starstones. Als X-0 den Befehl bekam, die Jedi zu exekutieren, dachte er, dies wäre ein Ablenkungsmanöver der Separatisten, weshalb sie den Jedi zur Flucht verhalfen. Als der Imperator später davon erfuhr, schickte er Vader nach Mokana, um die Klone zu töten. Am Schluss verrecken sie alle.